Ich laufe mit der Sonne um die Wette. Du hast zehn Minuten Zeit zu verschwinden, bevor meine Schwestern sich für die Schule fertig machen. Und halt im Mondschein wacht. Es gibt nur das Hier und Heute. Ich habe heute ein Spiel, wahrscheinlich das Wichtigste meiner Karriere. Und dann noch die Nacht. Ich mache das jetzt noch. Geh zu Kelly nach Hause und komm vorerst nicht wieder, okay? Was machst du hier? Ich wohne hier. Du lebst im Pokerhaus? Ist sie deine Mutter? Alles ist möglich. Alles kann sein. Wir waren mal eine richtige Familie. Aber das ist lange her. Verdammt, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Verschwinde aus meinem Haus! Der verfluchte Wichser hat mich vergewaltigt! Hör auf damit!